Ich bin Aram. Ja, und in dem heutigen Ranked Game spiele ich Ash als ADC. Ich habe leider die falschen Masteries dabei. Und zwar spiele ich mit Eroberer und Dominanz. Aber ich wollte eigentlich Miss Fortune spielen. War dann Last Pick der Gegner, hat mir die weggepickt. Da musste ich mich schnell umentscheiden und ich hatte keine Ash Rune. Da habe ich einfach eiskalt meine Master Heroen genommen. Naja, wollen wir mal sehen, ob das auch so funktioniert. Und ich habe einen Timo Support. Juhu. Naja, des Weiteren bei uns im Team Akali auf der Top-Lane Shaco im Jungle. Selbstverständlich mit Smite und Ignite spielt man einen Shaco. Dann haben wir Nasus auf der Top-Lane. Und wie gesagt, Timo Support im Gegner Team Riven auf der Top-Lane. Ach ne, Akali ist Mid-Lane, Nasus Top-Lane natürlich so rum. Dann Master Yi im Jungle Zed auf der Mid-Lane Miss Fortune als ADC. Und Trash Support. Was bedeutet, ja, ich muss auf jeden Fall weit hinten stehen. Shaco braucht keinen Pull. Wird nicht leicht, das Ganze. Um das Unmögliche möglich zu machen, braucht es nur das richtige Team. So, ich muss natürlich jetzt erstmal aufpassen, dass ich mich vom Trash nicht hooken lasse. Au, au. Das kriege ich nicht mehr. Nein. Trash hat schon ein bisschen was kassiert. Hier geflasht, okay. Und da hat der erste Hook gesessen. Allerdings zu meinem Glück auf den Timo. So, musste ich natürlich verhielen. Heute ist nur von Bedeutung, wenn wir uns morgen daran erinnern können. Au. Der will hooken. Tja. Timo Support. Tja. Timo Support. Timo Support. So kann ich natürlich schlecht farmen. Und lass mich sogar noch hooken. Tja. Wir sind keine Waffe. 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 Okay. 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 Oh, come on. Okay. 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 So, wenn ihr im F jetzt zurückgegangen ist, verliert sie natürlich viel Farm. Kann ich mal ein bisschen aufholen, ja? So, ich geh jetzt erstmal back. Komme mit einigen Mann Schaden zurück. Ja, so machen wir das. Na, jagen wir mal die Wild hoch. Mal sehen, ob sie trifft. Yeah! Sniper! Oho! Boah, kam ich nicht ran. Okay. Okay. Oh oh So jetzt aber schnell raus hier Das hat doch jetzt mal wieder ganz hervorragend geklappt Mal sehen Nee, moved gar nicht Dammit Komm zum Widerstand An meine Seite Okay Okay Oh, der hat wehgetan Ah, das hat alles wehgetan Jawohl Aber Schelko recht nicht Jawohl Nee, nehm mal erst die Boots Nein, no, so ist die Axie doch nicht weg Oh, hol ich mir mal den Midlane farm Sie haben uns unendliche Möglichkeiten versprochen Es war gelogen So, Botline Tower fällt jetzt natürlich Oder? Nee, doch nicht ganz Ah, da hat sie drauf gehen müssen, Timo So Ballern wir mal die Ult hoch Ah Come on Oh ho Komm Schelko Gönn ihn dir Ja Jawohl Tja jih War wohl nix So So Wollen wir nochmal gucken Gönn Ah Timo, ey Jawohl Jawohl Dann lasst mich mal die Boots Sende Ja Timo, ey Timo, ey Timo, ey Timo, ey Zito, ey Timo, ey Und zurück. Ein Torer sollte fallen. Oh, arme Set. 2-7-Set. 2-7-Set. 3-7-Set. Oh. Hm, der Timo. Kann ich nicht einmal einen vernünftigen Supporter kriegen? 3-7-Set. Halloy. Haha. Das war gelohnt. Ultet die tatsächlich noch für mich. Aber da habe ich natürlich auch voll gepennt. So, jetzt aber. Also das verspreche ich euch. In der nächsten Runde spiele ich nochmal, Ash. Dann hoffe ich auf den richtigen Supporter und nehme auch garantiert die richtigen Runen mit. Und dann gibt es richtig. Aber das Video muss ich euch hier natürlich zeigen. Alleine wegen diesem Snipe vorhin. Ich träume von Freiheit für uns alle. Was? Togo? Die Trennlinie zwischen Waffe und Wesen verschwimmt. Sind wir mal auf Nummer sicher gegangen. Jo, jo. Ich habe leider noch keine Ult wieder ab. Oh, ha. Hm. Hm. Die eigentliche Mission bin ich selbst. So, jetzt aber erstmal schnell Base. Ah, da kommt die MF. Und das reicht für Ronans Hurricane. Und das reicht für Ronans Hurricane. Das stimmt das Trash. Das stimmt das Trash. Das stimmt das Trash. Ja, so, jetzt ist es. So, jetzt haben wir mal. Wir können die durch die Boom geworfen. So, jetzt kommen wir da hin. Dorthin, wir können die Trennlinie hinbeugen. Wir können die Trennlinie hinbeugen. Also Dorthin, wir können die Trennlinie hinbeugen. So, Butler in Farben noch holen. Und noch mal eine Runde snipen da oben. Na, komm. Und treffe er. Leider nichts gebracht, aber irgendwie treffe ich die Riven am besten. Und dann geh ich mal einen Drake machen. Bin ja schließlich Main-Jungler, ne? Ja, persönlich geht also damit nicht. Noch mal ein bisschen groupen hier. Warten wir, die haben erfolgt. So was. Ich bin doch schon so behind. Sprengen sie mir trotzdem noch alle ins Gesicht hier. So. Das sieht ja schon ziemlich gut aus, würde ich sagen. Und das war's. Jetzt geben Sauna auf, schöne Doppel-Explosion. Und ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Da waren ja doch ein paar gute Snipes dabei. In diesem Sinne bis zum nächsten Game. Euer Aran.